Hexen im Kinderzimmer Bibi Blocksberg Bibi Blocksberg als sympathisches Vorbild Bibi Blocksberg heißt die Serie, die zu den Rennern auf dem Hörspielmarkt gehören. Ende 1988 waren von den bis dahin veröffentlichten Folgen etwa 10 Millionen Kassetten verkauft. Jedes Abenteuer beginnt mit demselben Titelsong, der folgenden Text beinhaltet. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Streiche, wie du hext, wie du lachst, wie du tanzt. Komm zu uns, Bibi Blocksberg, sei unser Freund. Und wir sind gespannt, was du heute wieder machst. Am Anfang spielte die kleine Bibi noch streicheln. Wie in der Folge 2 aus dem Jahr 1980, in der sie die Nase ihres Lehrers verhext. Aber da ist Bibi ja noch jung und unerfahren. Und lernt erst noch die Hexensprüche von ihrer Mutter Barbara Blocksberg. In der Folge 18 aus dem Jahre 1984 darf sie zum ersten Mal mit der Mutter in der Walpurgisnacht zum großen Hexentreffen mitfliegen. Auf dieser von der Oberhexe Walpurgia geleiteten Zusammenkunft hält Mutter Blocksberg eine feurige Rede gegen das alte Hexenbild. Ich bin eine ganz normale Frau und kann zufällig auch Hexen. Und ich setze meine Hexenkünste gerne zum Spaß ein und nicht auf Kosten anderer. Und wenn ich dabei auch noch Gutes tun kann, ist das eine sehr angenehme Nebenerscheinung. Ich bin gerne eine Hexe und gerne eine normale Frau. Und in erster Linie bin ich Barbara Blocksberg. Nicht nur diese Folge stellt Kindern ein total verändertes Hexenbild vor. Denn obwohl die neuen Hexen dem vehement widersprechen, hatte die Hexe schon immer und in allen Kulturen ein schlechtes Ansehen. Werner F. Bonin schreibt dazu in seinem Buch Naturvölker und ihre übersinnlichen Fähigkeiten. Dagegen finden wir in Indien und in Tibet, in Japan und Europa, an vielen Orten der Erde und eben auch in Afrika Hexen. Sie stehen überall in dem Ruf, dieselben Künste zu üben. Sie können fliegen, sich unsichtbar machen, Menschen, Vieh und Pflanzen erkranken lassen und sie brauchen Leichen für ihre Untaten. Allen gemeinsam ist ihre große Sozialschädlichkeit ein negatives Ethos. Gesinnung, Anmerkung US, bestimmt ihr Handeln. Dieses negative Hexenbild schieben die modernen Hexen gerne dem Christentum in die Schuhe, wegen der von der katholischen Kirche betriebenen Hexenverfolgung. Die geschichtlichen und völkerkündlichen Fakten belegen jedoch, dass die Blocksberg-Vertreterin schon immer mit bösen Mächten im Bunde waren. Allerdings zeigen sich diese bösen Mächte im Zuge des Neuen Zeitletters von ihrer Schokoladenseite. So ist es nicht verwunderlich, dass die Hexe von heute ebenso in einem total veränderten Gewand auftritt. Sie präsentiert sich beispielsweise auch als die gute Frau, die über Heilkräfte verfügt. Als der Elefante Benjamin Blümchen krank ist, kann ihn der herbeigerufene Tierarzt nicht heilen. Aber die kleine Bibi, und zwar durch ihre Zaubersprüche. Benjamin Blümchen ist die Bruderserie zu den Bibi Blocksberg-Folgen und gilt mit 20 Millionen verkauften Kinderkassetten 1988 als Marktführer des mit jährlich 200 Millionen D-Mark Umsatz eingeschätzten Kinderkassettenmarktes. Immer wieder einmal tauchte Benjamin Blümchen die kleine Bibi Blocksberg auf, um ihre Hexereien vorzuführen. Bibis Stippvisite darf aber wohl eher als Werbeeinlage verstanden werden, um kindliche Konsumenten für die schon vom Namen her ähnliche Schwesterserie zu interessieren. Der übersinnliche Faktor spielt bei den Benjamin Blümchen-Folgen kaum eine Rolle. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Zwei Stars im Kinderzimmer. Während Benjamin durch größtenteils harmlose Kinderabenteuer führt, hat Kollegin Bibi für ihre Zuhörer eine aus christlicher Sicht bedenkliche Botschaft weiterzugeben. Weil die Hörspielabenteuer der Hexenfreundin Bibi stets aufs neue Tausende von Kindern begeistern, war es für die Marketing-Experten nur folgerichtig, die kleine Bibi auch als Puppe in die Kinderzimmer zu schicken. Seit 1988 bietet die Firma Mattel das Hexenmädel als Bibi Blocksberg eine Hexe zum Liebhaben an und ließ sich für den Einzelhandel folgenden Werbetext einfallen. Tollkühn reitet sie auf ihrem Besen, am liebsten durch alle Kinderzimmer. Und damit für jeden Geschmack das Richtige dabei ist, geht's Bibi gleich in verschiedenen Farben und Größen. 45 cm, 30 cm und im sammelfreudigen 15 cm Format. Bibi Blocksberg eignet sich hervorragend als Wandschmuck. Kinder, die wohlbehütet einschlafen wollen, hängen sie sich sogar als Talisman übers Bett. Bibi Blocksberg als Talisman, als ein Gegenstand, der vor Schaden und Zauberschützen und Glück bringen soll. Auch dieses Beispiel zeigt, dass die Figuren, die durch den Charaktervertret ins Kinderzimmer vordringen, weitaus mehr darstellen als reines Spielzeug. Sie sind eng gekoppelt mit einer Botschaft. Bereits kleine Kinder werden so auf einen New Age Weg aufmerksam, der sie an das Übersinnliche heranführen kann. Alfie Donnelly, Autorin der Kinderserien Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, ist jedenfalls vom New Age Gedankengut fasziniert. Auf meine Frage, ob von der Beschäftigung mit dem Übersinn ich mir auch etwas in die Bibi-Serie einfließe, antwortete sie mir, wenn so etwas einfließt, dann fließt das in den Kinderserien mehr unbewusst ein. Das überlege ich mir denn gar nicht so sehr. Das ist einfach so, wenn mich ein Thema sehr beschäftigt und ich bin dabei, eine Folge zu schreiben, dann passiert es zwangsläufig, dass so eine Thematik mitspielt. Frau Donnelly würde gern noch mehr Übersinnliches in ihre Serie einbauen, was jedoch von der für die Kinderserien verantwortlichen Firma ITP bisher gebremst wurde. Die Autorin, die nicht als Hexe verstanden werden will, studierte zur Zeit unseres Gesprächs Ende 1987 das Seht-Material. Es sind halt Geisterbotschaften aus einem jenseitigen Welt, die von dem amerikanischen Trans-Modium Jane Roberts festgehalten wurde. Ob diese jenseitigen Mitteilungen per Hörspielkassette bis ins Kinderzimmer vordringen können, bleibt abzuwarten. Im Moment erfahren Millionen von Kindern erst einmal, dass Hexerei etwas Lustiges, etwas Gutes sei und die Hexe als ganz normale Frau ihre magische Hexenkunst für gute Zwecke einsetzt. Von der Kinderhexe Bibi zur echten Hexe Isis. So eine Imagekampagne hat Folgen. Bedenkt man, dass sich Kinder sehr stark durch die Hörspiele fesseln lassen und die einzelnen Folgen bis zu 20 Mal anhören. Wie stark Kinder auf die Inhalte reagieren und selbst Einzelheiten beachten, zeigen die Kinderbriefe, die bei den Kassettenproduzenten eingehen. Sie verzeichnet beispielsweise die hinter dem Namen Europa stehende Miller International Schallplatten GmbH täglich rund 200 Kinderbriefe im Posteingang. Die Produzenten sind stets auf neue erstaunt, wie präzise Kinder ihren Hörspielen zuhören und sogar Veränderungen bei einer Neubesetzung von Sprecherrollen innerhalb einer Serienproduktion registrieren und anzeigen. Dass die Hörspiele Kinder sehr stark beschäftigen, offenbart auch eine Studie der Gesellschaft für Rationelle Psychologie in München. Nicht nur die kleinen Hexe Bibi trägt zur Imageverbesserung der neuen Hexen bei. Seit 1988 gibt es auch etliche Gesellschaftsspiele, denen bereits das neue Bild der Hexe ganz selbstverständlich zugrunde liegt. Es sind Spiele für Kinder ab 8 Jahre, in denen einfache, aber wichtige Grundelemente und Aussagen zum neuen Hexentum spielerisch vermittelt werden. So beispielsweise im Spiel Hexentanz, das teuflische Verwirrspiel. Kein Kommentar zu diesem Namen. Das mit folgendem Text die Spielanleitung einleitet. In der Walpurgisnacht vor dem 1. Mai treffen sich alle Hexen zum großen Hexentanz um den Blocksberg. Dabei geht es sehr lustig zu, denn Hexen sind ein munteres Völkchen! In einem anderen Spiel mit der Bezeichnung Walpurgisnacht werden die Spieler auch mit dem Element des Überrsinnlichen bekannt gemacht. In jedem Jahr erfüllt sich nur für eine der jungen Hexen der große Traum. Am Nachmittag vor der Walpurgisnacht finden nämlich in einem abgelegenen Waldstück Wettkämpfe der noch unerfahrenen Hexenstadt, bei denen es darum geht, möglichst viele Hexenzauberkraft zu erlangen, um als Siegerin mit dem ältesten Hexen fliegen zu dürfen. Welche Spuren Bibi Blocksberg und ihre Ableger hinterlassen, wird erst voll zu Tage treten, wenn die Hörspielkinder 20 Jahre älter sind. Denn diese Kinder begegnen vor der Kinderzimmertür, in Ausstellungen oder einer wildanwackenden Flut von Hexenliteratur, ebenfalls der Umgestaltung des Hexenbildes. Bücher aus dem Jenseits Michael Ende Mit zumindest einem Naturwesen kommunizierte auch ein Mann, der mit seinen Büchern ein Millionenpublikum rund um den Erdball faszinierte. 1984 standen gleich drei seiner Werke auf den ersten drei Plätzen der Buch-Bestsellerliste des Spiegel. In einem Briefinterview vom Oktober 1984 teilte er mir mit, Ich versuche in dem bescheidenen Maß, das uns heutigen gegeben ist, an dieser kommenden Bewusstseinswandlung mitzuwirken. Das Maß, mit dem er das neue Zeitalter einläutete, war alles andere als bescheiden. Mit Momo, der unendlichen Geschichte und Spiegel im Spiegel machte Michael Ende Millionen von Lesern auf den Weg ins neue Zeitalter aufmerksam. Mit Erfolg. Besonders die unendliche Geschichte hat viele Menschen zentral angesprochen und etwas in ihnen ausgelöst. Dieser Märchenroman schildert die Reise eines Jungen namens Bastian Balthasar Buchs vom Diesseits ins Jenseits. Das Jenseits heißt Phantasien und in ihm leben zahlreiche Jenseitswesen. Der Verleger von Michael Ende, Hans-Jörg Weidbrecht, erzählte mir, dass an Herrn Ende hunderte von Briefen gekommen seien, die von einer magischen Persönlichkeitsveränderung durch die unendliche Geschichte berichteten. Es seien darunter Briefe gewesen von bitterbösen Eltern, die ihre Kinder nach der Lektüre der unendlichen Geschichte nicht mehr wiedererkannten. Sie seien so seltsam verändert gewesen. Andere schrieben begeistert, dass sie ihr Leben fortan in einem Abschnitt vor und in einem Abschnitt nach der Lektüre der unendlichen Geschichte einzeiten.